Hallo, ihr Stadtgärtner von Dresden. Ich bin der Axel von Gartenallerlei und wir haben heute hier dem Allauenpark ein unterfahrbares Hochbeet gespendet. Wir haben die Initiative im Internet gesehen, die fanden wir klasse, die wollten wir unterstützen. Und da wir uns mit Hochbeeten und Samen und Erden und allem Möglichen, was der Gärtner so braucht, speziell der Dresden Stadtgärtner, handeln, haben wir uns gedacht, wir engagieren uns hier und integrieren in diesen wunderschönen Garten hier im Allauenpark ein unterfahrbares Hochbeet, dass auch Menschen, die nicht mehr allzu gut zu Fuß sind, im Rollstuhl sitzen müssen, hier gärtnern können und hier Kontakte knüpfen können. Deshalb übergeben wir heute hier den Jungs und Mädchen vom Stadtgarten unser unterfahrbares Hochbeet und wünschen euch viel Spaß und Erfolg, damit das jetzt sehr, sehr viele Leute erreicht, speziell Kommunikation schafft und viel Spaß damit habt. Und guter Erdauer. Tschüss.